Dies ist der neue Moderator für unsere Kindersendung bei Kika. Er wird aber jetzt jeden Tag die rechte Sendung über Krelleren und Enten moderieren. Er ist sehr berühmt in der Schweiz und freut sich unglaublich darauf, jetzt diese neue Aufgabe bei uns wahrzunehmen. Sein Name ist Kufi und er ist unglaublich witzig drüber, dass er jetzt bei uns anfangen darf. Sein erstes Thema heißt Jugendliche mit Kika spielen, die beim Krelleren ein Krellerenie verloren haben, plus Enten im Morass. Heute Abend live um 13 Uhr auf dem Kika. Wir sehen uns. Winkel, winkel.